Die Autofähre von Meersburg nach Konstanz-Staat. Sie zieht vermutlich mehr Menschen nach Meersburg als Dagobert-Turm, Fürstenhäusle und das Schloss, einschließlich der Troste. Immerhin spart man mit ihr 70 Kilometer auf dem Weg in die Schweiz. Die Meersburger Uferpromenade, Straßencafés, Restaurants, Andenkenläden und des Volkes wimmelnde Menge. Auf einem Stadtbild aus dem 17. Jahrhundert fehlt sie noch. Heute ist die Promenade Meersburgs wichtigste Sehenswürdigkeit, jedenfalls, wenn es nach der Touristendichte pro Quadratmeter geht. Die eigentlichen historischen Sehenswürdigkeiten Meersburgs liegen nämlich oben auf dem Berg und wollen erstiegen sein. Wer kann schon so wie wir einfach hinauffliegen, über die Weinberge, wo der gute Seebein wächst, hinauf zum... Nein, das rote Gebäude dort ist noch nicht das Schloss, sondern nur das Predigerseminar. Schließlich kann die Residenz eines Konstanzer Fürstbischofs nicht nur aus Schloss und Reithof bestehen. Ein bisschen was Theologisches gehört schon dazu. In dem gelben Viereck des Reithofes, dort nebenan, ist das Staatsweingut untergebracht. Es wacht über den vorzüglichen Meersburger Weisherbst, den man in den historischen Weinstuben der Unterstadt probieren kann. Und hier ist es, das neue Schloss, barock und prächtig. Aber nicht wie die Prospekte schreiben von Balthasar Neumann. Der hat sich nur einmal aus der Ferne die Pläne angeschaut und ein paar Vorschläge gemacht. Doch das Schloss kann sich auch so sehen lassen. Jetzt, wo es wieder renoviert ist, nach 150 traurigen Jahren als Gefängnis, Kaserne und Taubstummenanstalt. Da ist die Geschichte des alten Schlosses, der eigentlichen Meersburg, schon rühmlicher. Und älter ist sie natürlich auch, viel älter. Eine mittelalterliche Chronik berichtet, Meersburg ist ein gar alter Platz, etwan von König Dagoberten geaufnet. Wenn das stimmte, wäre der dicke Dagobert-Turm mindestens 1330 Jahre alt. Übrigens Konradin, der letzte Staufer, soll sich hier auf der Meersburg zu seinem verhängnisvollen Italienzug entschlossen haben, wenn er gewusst hätte, dass es der letzte sein würde. Der kleine König kam aufs Schafott, die Meersburg in den Besitz des Konstanzer Bischofs des badischen Staates und dann der Droste, Annette von Droste-Hülshoff, des dichtenden westfälischen Edelfräuleins. Auf der Burg haus ich am Berge, unter mir der blaue See, höre nächtlich Koboldzwerge, täglich Adler in der Höhe. Das heißt, eigentlich gehörte die Burg ihrem Schwager. Sie wohnte weiter oben im Fürstenhäusle. Aber immerhin ist sie in der Burg gestorben und hat sie so berühmt gemacht. Auch den Meersburgern hat sie etwas Nettes ins Stammbuch geschrieben. So betrachte ich Meersburg wie die zweite Hälfte meiner Heimat und bin auch wirklich recht gern dort. Nicht nur, was den Aufenthalt im Schloss anbelangt, sondern auch das Städtchen ist so angenehm, als dies seine Kleinheit irgend gestattet. Hübsch sieht er aus, der Herbstwald. Hübsch und bunt, zumindest für den, der ihn farbig sieht. Hier oben der Höhenweg von Meersburg nach Unteruldingen, unten direkt am See, die vielbefahrene Autostraße und dann der See der Bleierngraue. Dürfen wir bitte schön statt vom bunten Wald vom See erzählen, auch wenn er nur grau am Rande mitläuft? Es gibt also herrliche Sachen. Dass er 72 Kilometer lang ist und 14 Kilometer breit, lernt man in der Schule. Auch dass seine Uferlänge 259 Kilometer misst, davon 145 baden-württembergische. Aber hat Ihnen Ihr Lehrer auch erzählt, dass die gesamte Menschheit nebeneinander gestellt, auf der Oberfläche des schwäbischen Meeres Komod unterzubringen wäre? Ein eindrucksvolles Bild, nur dass es mit der Bevölkerungsexplosion überholt sein dürfte und bestenfalls noch als Radikallösung für dieselbe infrage käme. Ein anderes Schulbuchbeispiel. Wenn man eine Latte von Konstanz über den See nach Bregenz legen würde und dieselbe in Konstanz kräftig herunterdrückte, dann könnte man eben wegen der Erdkrümmung in Bregenz bequem das Ulmer Münster unter die Latte stellen. So man es gerade zur Hand hat. Die Probleme des Bodensees sind leider andere und es sind dieselben wie bei Neckar, Rhein und Main. Schmutz, Abwässer, dadurch bedingte Veränderungen im biologischen Haushalt des Sees. Aber zurück ans Ufer. Auch da gibt's Probleme. Und auch sie sind eigentlich kaum noch zu lösen. Wer je am Überlinger See entlanggefahren ist, egal ob mit der Bahn oder dem Wagen, kennt es. Straße und bald hinter Unteruldingen, auch Schiene machen das Ufer kaputt, schnüren den See ein, beschränken Badestrand und Uferpromenade auf ein paar läppische Meter. Und wie die dann ausschauen, wenn im Sommer die Parkplätze überquellen, ist schlicht ein Graus. Immerhin besuchten im letzten Jahr 1.134.000 Touristen den See. Eine gewaltige Zahl. Und schon ein Grund, sich da etwas einfallen zu lassen. Wie viele von der 1.134.000 nach Unteruldingen kamen, nach oder durch, wir wissen es nicht. Und zumindest aus der Luft und zu dieser Jahreszeit lässt sich auch nicht recht erkennen, warum sie es hätten tun sollen. Zwar die Reiseführer melden, eine der ältesten Fischersiedlungen am See, eine viel besuchte Sommerfrische und einen reizenden Badeort. Ausführlicher werden sie erst, wenn sie auf das Unteruldinger Pfahlbaumuseum zu sprechen kommen, das Freilichtmuseum deutscher Vorzeit, größtes und ältestes seiner Art in Europa. Tausende von Besuchern, heißt es dann, reisen alljährlich zu den Pfahlbauten am Bodensee, um diese Siedlung aus der Zeit um 2200 vor Christus zu bestaunen. Also, damit keine Missverständnisse aufkommen, die Blockhaussiedlung da unten stammt aus der Zeit um 1922 nach Christus und ist eine Fleißarbeit findiger Heimatforscher, eine Rekonstruktion. Ob sie 2200, 1500 oder je vor Christus so aussah, wie sie hier den staunenden Touristen präsentiert wird, das weiß allein der alte Wotan oder wer immer damals gerade Himmelsdienst hatte. Die Gelehrten jedenfalls streiten sich. Immerhin, die Sippensiedlung ist mit viel Eifer und Fantasie auf die Pfähle gestellt worden und zeigt recht anschaulich, zumindest wie wir uns vorstellen, wie unsere Altvorderen seinerzeit wohnten. Und man muss zugestehen, sie wohnten nicht schlecht. Sogar ein Dorfgemeinschaftshaus, das große da hatten sie schon, und Werkstätten für Weber, Steinhauer, Holzschnitzer und Töpfer. Das Ganze wohl geschützt durch eine Palisade mit einem praktischen Auslass zum Wasser hin, groß genug, um mit dem Einbaum hinauszufahren. Die zweite Siedlung draußen im Wasser ist übrigens ein Bronzezeitdorf von 1931. Und jetzt ein Sprung übers Wasser und hinüber zur Tropeninsel im Bodensee, zur Isola Bella auf deutschem Boden. Das deutsche Mainau, Mainaue, gefällt mir besser. Es klingt ehrlicher. Denn eine Tropeninsel ist die Mainau trotz Palmen und Bananenwäldchen, Zitronen und Orangenhainen mitnichten. Wenn es auch die Insellage mit sich bringt, dass die Wetterextreme hier abgeschwächt und die klimatischen Gegensätze ausgeglichen werden, so gehört das Klima der Mainau nach Ansicht der Meteorologen doch zum gemäßigten Bereich, entspricht also etwa dem der Städte Stuttgart, Heidelberg oder Karlsruhe und dass Stuttgart auch noch Tropenklima hat, das glaubt doch wohl niemand. Umso erstaunlicher, was die Gärtner aus der kleinen Insel gemacht haben, angefangen vom ungarischen Fürsten Nikolaus Esterhazy, der 1827 als Erster auf der Mainau exotische Bäume pflanzte, über den badischen Großherzog Friedrich I., der hier seinen Sommersitz anlegte, bis hin zum schwedischen Grafen Lennart Bernadotte, der seiner Insel ihre heutige vielbewunderte Gestalt gab. 750 Arten von Bäumen wachsen im Baumgarten der Mainau und wenn sie auch von oben alle grün aussehen, so unterscheidet der Dendrologe doch mit Respekt Libanon, Atlas und Himalaya-Zedern, Sapindus, Fichte und Riesentuja-Baum. Neben diesen gewichtigen dendrologischen Persönlichkeiten tummelt sich das vergängliche Volk der Blumen, Tulpen von April bis Mai, Rosen von Juni bis September und jetzt noch Dalien. Selbst wenn man im Winter käme, gäbe es Interessantes zu sehen auf der Mainau, heizbare Schutzhäuschen, mit denen all die exotische Pracht umstellt wird, damit sie gut über den gar nicht tropischen Winter kommt. Von den Blumen zurück in die Geschichte. Das Schloss ist das Werk des Deutsch-Ordens-Baumeisters Johann Caspar Magnato und stammt aus den Jahren 1736 bis 1746. Seit dem 13. Jahrhundert gehörte die Insel nämlich den Rittern vom Deutschen Orden. Erst 1805 kamen Insel und Schloss an den badischen Staat, dann 1928 durch Erbschaft an das schwedische Königshaus und so an ihren jetzigen Besitzer, den Grafen Lennart Bernadotte. Der schwedische Graf machte aus der Insel einen der schönsten Gärten Europas und aus dem Schloss, das internationale Institut Schloss Mainau, nach seinem Willen eine Stätte der Begegnung und Besinnung, deren Geist über Zeit und Raum, über politische und konfessionelle Schranken hinweg, einer besseren Zukunft dienen soll. Ein Ziel, das sich unter Blumen und alten Bäumen vielleicht doch noch am ehesten verwirklichen lässt.